Wir sind hier in Freiburg in Weingarten. Hier ist echt geile Stimmung gerade. Wir haben heute den 25. oder 26.04.2013. So und wie ihr seht, bin ich und mein Freund Mirko. Den kennt ihr aus anderen Videos. Ich bin unwichtig, sorry. Der hier ist. Hi Mirko, sag Hallo. Ja, Mann. Hi. Tja, wenn ihr ihn so richtig geil findet, dann macht auf Gefällt Mir und schreibt einen geilen Kommentar. Tja, er sei aber leider schon vergeben. Tut uns leid. Ich nicht. Ruft mich an. Oder schreibt einen Kommentar über mich. Tja, und sei vorne, er hat keinen Arsch, typisch. Sag Entschuldigung. 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 In die Kamera. Entschuldigung. Okay. Warum nur? Ja, immer zu vor dir zu. Okay. Geh hoch. Macht vor dir, wenn ihr es wissen möchtet. Wenn ihr sowas auch machen möchtet, dann meldet euch bei mir. Schreibt Kommentare, schreibt seine Nummer auf. Und ja, mal schauen. Vielleicht können uns alle zusammen treffen. Mal gucken, ob ich so hoch schaffe. Hey, die Schaukel hält sie an. Ja, okay. Ja, okay. Das tut weh. Geh weg. Er macht jetzt einen Rückwärtsalto, wie ihr seht, ne? Bitte nicht nachmachen. Das ist geübt. Ich sag, dass du das nicht geübt. Geübt? Ja, hast du es mal? Von da oben. Ja. Also, das war kein Fake. Das war echt. Und das sind richtige Muskeln, ne? Bodybuilding. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann.